Ich finde, dass dieses Meer hier vorne weniger stinkt wie die Nordsee oder Ostsee. Ja, man. Es riecht sehr angenehm. Das ist nur ein ganz Minimalgeruch von dort. Das ist viel angenehmer als das, was bei uns so rumschwimmt. Ja, es stinkt echt nicht so krass. Und das hat mehr Farbe Blau, das sieht mehr nach Meer aus und nicht dieses braune, dieses durchfallfarbene, grüne Wasser. Definitiv schöner hier. Viel schöner. Wir laufen jetzt zum Supermarkt. Es wird gleich so richtig geil sein, den Supermarkt einzukaufen. Und danach Bus zu fahren. Bus fahren ist richtig geil. Der letzte Bus, den wir gestern gefahren sind, der hatten sogar Akkussteckdosen gehabt. Also, wo man USB reinstecken kann. Also, dieses USB-C, ne, auch andere Kabel, aber auf jeden Fall, wo USB dran ist. Das konnte man da reinschieben, das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Hier vorne ist ein Einkaufsladen. Wir werden jetzt hier einkaufen gehen. So, wir haben gerade eingekauft und jetzt wird bei richtig geilen Wetter, direkt vor dem blauen Mittelmeer mit Hähnchenfleisch in Farbe statt, gefrühstückt.